Hallo und willkommen zu einem weiteren Warhammer Lore Video. Heute mit dem niedlichsten Pärchen der Warhammer Fantasy Welt, Heinrich Kemmler und Krell. Wie immer, besonders hier, beschränke ich mich auf die Lore der Warhammer Fantasy Zeitlinie, also der Old World. Denn besonders in Hinsicht auf Kemmler und Krell haben die Endtimes und Age of Sigmarines mal wieder bewiesen, wie unfassbar inkompetent laienhaft sie geschrieben sind. Deswegen genug von diesen beiden Ereignissen, die nicht genannt werden sollten, lasst uns in die Lore tauchen. Heinrich Kemmler war schon in jungen Jahren ein durchaus talentierter Magier und Nekromant und wurde irgendwann um das Jahr 2350 Imperialer Kalender geboren. Er verbrachte den Großteil seines Lebens mit dem Studieren verschiedener magischer Bücher und Artefakte. Alles mit dem Ziel, seine Macht zu mehren. Mit der Zeit und der Weisheit der Jahre realisierte Kemmler jedoch langsam, dass so wie fast alles auch er eines Tages tot umfallen wird. Eine Tatsache, die ihn über allen Maßen ärgerte. Er empfand es als hochgradig unfair, dass er sein Leben mit dem Streben nach mehr und mehr Macht verbringt, nur um irgendwann einfach tot umzufallen. Im schlimmsten Falle sogar ohne vorher ordentlich Gebrauch von seinen magischen Fähigkeiten machen zu können. Und so richtete Kemmler seine gesamte Aufmerksamkeit auf das Studium der Nekromantie und der Suche nach Unsterblichkeit. Ein nicht unbedingt unerreichbares Ziel in der Warhammer Fantasy-Welt. Heinrich zog zwar in Betracht, sich zu einem Vampir machen zu lassen, doch das war eine sehr unzuverlässige Methode, da er dazu sein Leben in die Hände eines Vampires geben müsste. Und ob dieser ihn nun zu einem Vampir macht oder einfach zum Mittagessen, ist nicht unbedingt gegeben. Diese Alles-oder-Nichts-Methode war für Kemmler also maximal zweite Wahl. Stattdessen bereiste Kemmler die fernen Ecken des Imperiums und der Alten Welt auf der Suche nach magischen Artefakten und nekromantischen Schriften. Und in bester Heimrich-Kemmler-Manier war es ihm auch ziemlich egal, auf wessen Seite er kämpfte, um sein Ziel zu erreichen. So war es durchaus nicht ungewöhnlich, die Nekromanten als Verbündeten von imperialen Fürsten zu sehen, die gerade versuchen, sich eines anderen Nekromanten oder Vampirs zu entledigen. Kemmler würde diesen Streitern helfen, indem er die Nekromantie seines Feindes stört, den Imperialen so den Sieg ermöglicht und im Anschluss würde Kemmler dann möglichst ungesehen alle Schriften und Artefakte aus dem Besitz des nun toten Rivalen sichern und dann verschwinden, bevor die Imperialen auf die Idee kommen könnten, ihn aufzuknüpfen. Ein schones Beispiel hier ist Kemmlers Allianz mit dem Herzog von Quellenes in Bretonnia, der dem Nekromanten eine fürstliche Belohnung versprach im Austausch für seine Hilfe gegen den Rat der Neuen, einem Konzil von neun mächtigen Nekromanten in der Region, die eine große Armee aus Zombies und Skeletten befehligten und damit die umliegenden Ländereien terrorisierten. Kemmler, der zu diesem Zeitpunkt bereits ein beeindruckender Nekromant war, bezwang den Rat durch die Anwendung einer uralten nekromantischen Kriegstaktik, die schon Nagash gute Dienste leistete. Ein Manöver namens Mehr Zombies und Skelette. So überwältigte er den Nekromanten mit überlegener magischer Macht und Anzahl an Untoten, klaute all ihre Bücher und sackte eine schöne Summe Gold von dem bretonischen Herzog ein. Aber sein größter Erfolg war wohl der Sieg gegen den Lich von Burg Vermisace. Ein Lich ist ein furchteinflößender Gegner, selbst für den stärksten Nekromanten. Und Kemmler gelang es nur unter den großen Anstrengungen, sich durch dessen Akolyten und Untoten Horden zu kämpfen. Doch schließlich war der Lich kein Gegner für die an diesem Punkt unvergleichliche nekromantische Macht von Kemmler. Und Kemmlers Taten brachten ihm den ehrwürdigen Titel des Lichtmeisters ein. Neben all den Artefakten und Schriften, die er dem Lich gestohlen hat, versteht sich. Mit den über die Jahre angesammelten Schriften und den zahlreichen Versuchen und Ritualen, die Kemmler an sich selbst durchführte, war er bereits extrem langlebig und würde wahrscheinlich sogar mehrere hundert Jahre leben. Doch das reichte Kemmler nicht, er wollte wahre Unsterblichkeit. So begann er sein forderndstes und riskantestes Ritual überhaupt, das, sofern er erfolgreich war, ihm die langersehliche Unsterblichkeit endlich geben sollte. Kemmler wurde jedoch gestört. Er hatte sich über die Jahre viele Feinde gemacht, die nun sein Haupt forderten und seinen Unterschlupf attackierten. Kemmler, bereits mitten im Ritual, war nicht in der Lage, den Angreifern seine volle Aufmerksamkeit zu schenken und versuchte, sie mit beschworenen Untoten lange genug zu beschäftigen, um sein Ritual zu vollenden. Die entstehende Schlacht wurde bekannt als die Schlacht der 10.000 Schädel, aufgrund der massiven Anzahl an Untoten, die dort kämpften. Zwar gelang es den Angreifern nicht, Kemmlers Verteidigung zu brechen, doch erreichten sie ihren Sieg auf einem unbeabsichtigten Weg. Abgelenkt von der Schlacht und gezwungen seine magischen Fähigkeiten zwischen dem Ritual und seiner Armee aufzuteilen, unterlief Kemmler ein kritischer Fehler in der Durchführung des Rituals und die folgende magische Explosion zerstörte seinen Unterschlupf, sowie beide Armeen und viele seiner Kontrahenten. Heinrich Kemmler selbst jedoch überlebte die Explosion, beziehungsweise sein Körper überlebte die Explosion, sein Geist war in Scherben und er verbrachte die nächsten Jahre als verrückter Bettler im Gebiet der Grenzgrafen und dem Grauen Gebirge. Sein Schicksal sollte sich jedoch ändern, als er im Grauen Gebirge auf das Grab von dem Champion Krell stoß. Dort schloss Kemmler einen Pakt mit den Chaosgöttern. Sie würden ihn zu seiner vollen Macht zurückverhelfen und ihm den Champion Krell an die Seite stellen. Im Gegenzug sollte Kemmler den Chaosgöttern absolute Ergebenheit leisten und in ihren Namen Tod und Verderben über die Welt bringen. Kemmler stimmte zu und Krell wurde wiederbelebt und an den Nekromanten gebunden. Und Krell war mehr als nur ein untoter Chaos-Champion. Wobei untoter Chaos-Champion schon ziemlich gut ist. Krells Geschichte beginnt 1500 Jahre vor dem Imperären Kalender im ungezähmten Norden. Krell war ein Chaos-Champion und Anführer eines Barbaren-Imperiums, das dem Gott Khorne geweiht war. Im Namen des blutigen Gottes brachte Krell Krieg über die nördlichen Karaks des Weltrandgebirges und schaffte es mit Hilfe einiger Nachtgoblin-Stämme, mehrere Karaks, wie zum Beispiel Karak-Ungor und Karak-Warn, zu überrennen und die Bärtigen im Inneren zu Ehren Khorne zu schlachten. Sein Vorstoß war mächtig genug, dass seine Horden schließlich bis nach Karak-Kadrin, der Slayer-Feste, vorstießen und sie belagerten. In einer klimaktischen letzten Schlacht zwischen den Vereinigten Kräften der Zwerge und den Chaos-Horden wurde seine Armee jedoch geschlagen und Krell wurde von Grimbul Eisenhelm erschlagen. Krells Körper wurde von seinen Männern geborgen und schließlich in einer prächtigen Grabstätte begraben. Dort ruhte der Champion fast 1500 Jahre, bis Nagash ihn fand. Es war ein einfaches, für Nagash die Inschriften zu übersetzen und herauszufinden, wer hier begraben war. Mit einem mächtigen magischen Ritual erhob Nagash den Körper von Krell. Doch Nagash führte nicht bloß ein einfaches Reanimationsritual durch, er benutzte einen Zauber, ähnlich denjenigen, die die Gruftkönige Kemris erhoben haben. Somit bewahrte Krell einen großen Teil seiner Persönlichkeit auch im Untot und war weiterhin ein furchterregender Kämpfer. Nagash übergab Krell die Führung über eine seiner untoten Legionen und Krell führte sie aus der ersten Reihe in viele siegreiche Schlachten. Zwar fand Nagash in der Schlacht am Fuß Raik sein Ende durch Sigmars Hand, doch die magischen Rituale und die Gunst des Chaosgottes Khorne waren genug, um Krell und seine Grabwache im Unleben zu halten. Und obwohl die gesamte Armee um sie herum zusammenbrach, überlebten sie. Krell gelang es sich, eine Schneise durch die erschöpfte Allianz aus Menschen und Zwergen zu schlagen und sorgte noch viele Jahre für Blutvergissen und Tod im Namen Khorne's. Schließlich in der Schlacht am Gletschersee fand Krell jedoch einmal mehr sein Ende, diesmal durch Galmaras und Sigmars Hand. So lag er ruhend für 2500 Jahre, bis er erneut in der Schlacht gerufen wurde. Diesmal durch einen Nekromanten namens Heinrich Kemmler. Kemmler sieht Krell als seinen Untergebenen, doch Krells einzig wahrer Meister ist Khorne. Kemmler, der nun eine neue Armee brauchte, zog nach Athelorin, der Heimat der Waldelfen. Nun werden sich einige sicherlich denken, warum die Waldelfen? Sind die nicht sehr territorial und erschießen alles, was ihnen nicht ganz koscher erscheint? Das ist vollkommen richtig. Allerdings gab es zu dieser Zeit zwei besondere Faktoren, die Kemmler nach Athelorin zogen. Erstens die sogenannten Kernsteine. Diese Steine stehen rund um den Wald und dienen als eine Art Warnschilder. Sie sind im Grunde eine Art magisches Stoppschild für alle, die den Wald betreten wollen. Und um diesem Stoppschild mehr Wirkung zu verleihen, sind die Kernsteine umgeben von den Gräbern derjenigen, die beim Versuch, den Wald zu betreten, gestorben sind. Also im Grunde genommen der feuchte Traum jedes Nekromanten. Natürlich ist die Gefahr der Nekromantie den Waldelfen durchaus bewusst und die Kernsteine werden besonders beschützt und patrouilliert. Doch hier kommt der zweite Faktor ins Spiel. Zu der Zeit, in der Kemmler nach Athelorin kam, herrschte ein besonders harter Winter. Der Winter of Woes, wie er in den Waldelfenkreisen berüchtigt werden sollte. Und die Magie Arthur Lawrence und die der Waldelfen ist dooferweise vom Wetter und den Jahreszeiten abhängig. Dementsprechend war es Kemmler ein leichtes, die wenigen Verteidiger, die anwesend waren, von Krell niedermachen zu lassen und sich eine neue Armee zu erheben, mit der er Bretonier angriff. Die erste Schlacht dieser Invasion war eine dreiseitige Schlacht um die befestigte Abtei La Maison-Tal, in der sich ein Warpstone-Artefakt befand, das die hinterhältigen Bretonen den glorreichen Skaven gestohlen hatten. So entbrannte eine erbitterte Schlacht zwischen den Armeen der gehörnten Ratte, den Untoten von Kemmler und den diebischen und hinterhältigen bretonischen Kräften unter Herzog Toncret von Quellenes. Im Laufe der Schlacht gelang es den fähigen Infiltratoren der Skaven, das Artefakt zu bergen und sie zogen sich siegreich zurück nach Skavenblight. Der Kampf zwischen Kemmler und Toncret dauerte noch einige Zeit an, doch durch die mutigen und selbstlosen Taten von Toncret und seinen Rittern retteten die Bretonen ihre Abtei vor der Zerstörung und als Kemmler bemerkte, dass die mächtigen Skaven ihm das Artefakt unter der Nase weggenommen hatten, zog er sich zurück. Toncret jedoch schwor ewige Rache gegen Kemmler und widmete sein Leben der Jagd auf den Nekromanten. So begann eine Zeit vieler Schlachten, in der sich die beiden Kontrahenten durch Bretonier schlugen. Bis es den Bretonen schließlich gelang, die Armeen Kemmlers bei der Montfortbrücke zu stellen und zu zerschlagen. Zwar zerstampfte Krell den Herzog im Laufe der Schlacht, als dieser versuchte, sich Kemmler zu nähern, doch war zu wenig ihrer Armee übrig, um weiterzukämpfen und Krell und Kemmler mussten fliehen. Kemmler, nun wieder einmal in der unglücklichen Situation ohne Armee dazustehen, wandte sich wieder nach Athel Loren. Diesmal allerdings wurden seine Beschwörungen von einer Verteidigungsarmee der Waldelfen unter dem Baummenschen Durthu gestört. Und auch wenn er sich durch kontinuierliches Beschwören lange behaupten konnte und Krell sowohl Durthu als auch den Mächten des Waldes selbst schweren Schaden verursachte, wurden die beiden wieder einmal in die Flucht geschlagen. So wandern Krell und Kemmler durch die Warhammerwelt, immer auf der Suche nach neuen Truppen und einem neuen Ziel für Kemmlers unaufhörliche Suche nach nekromantischem Wissen. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und lasst mir gerne Wünsche für zukünftige Leu-Episoden da in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. So Leute, bevor das Video jetzt endet, habe ich noch eine kleine Ankündigung und zwar habe ich jetzt einen Tipee-Stream-Account. Das bedeutet, falls ihr denn so wollt, könnt ihr jetzt den Channel unterstützen und mir eine kleine Spende, ein kleines Trinkgeld hinterlassen. Unter www.tipee-stream.com slash reiki slash donation Link in der Beschreibung. Keine Angst, es gibt keine Vorteile für diejenigen, die das tun und keine Nachteile für diejenigen, die das nicht tun. Das ist alles vollkommen freiwillig und wenn ich keinen Cent daraus bekomme, dann ist das auch vollkommen okay. Alles geht so weiter wie bisher. Es ist nur eine kleine Möglichkeit vielleicht, für euch den Channel zu unterstützen, denn wie gesagt, die Videos brauchen ne Menge Arbeit. Ich bin kein Fan von Werbung, also bekomme ich daher keine Unterstützung von YouTube und falls ihr das ein oder andere Mal vielleicht ein Euro übrig habt, würde mich das sehr freuen und es eine Menge helfen. Mehr will ich auch gar nicht sagen, so langsam kommt mir vor, als wenn ich bettel. Also bis zum nächsten Mal. I'm out. Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020